Er gilt als der GT3 der 80er Jahre, das 911er G-Modell WTL. WTL steht für Werksturbo-Look. Früher macht ihn das zur kleinen Alternative zum richtigen Turbo, heute macht es ihn selten und wertvoll. Im Baujahr 1984 fertigte Porsche nur 420 weitere WTLs. Noch wertvoller als seine Seltenheit macht ihn sein hervorragender Zustand. Er ist nahezu perfekt. Unter der Haube hat er einen 3,2 Liter Saugmotor, der 207 PS leistet. Richtig wichtig ist die umfassende Dokumentation, die wir mitliefern. Die interne Nummer 491 unter der Kofferraumklappe und im Serviceheft zeigt die Authentizität des Fahrzeugs. Das Original-Checkheft und Stapel von Rechnungen für Pflege und Instandhaltungen belegen, dass dieser Wagen von seinen beiden Vorbesitzern geschätzt und bestens instand gehalten wurde. Untertitelung des ZDF für funk, 2017